Genau so ist es. Einen guten Abend wünschen wir Ihnen. Wer das 1-0-Sieg in Düsseldorf, ist eines der Themen, die uns heute beschäftigen. Aber auch, Stefan, dass sich der Jubel darüber nachvollziehbar in Grenzen gehalten hat. Da gewinnen die Bremer nach vier Spielen endlich mal wieder. Und trotzdem werden die Sorgen nicht kleiner. Moisander gesperrt, Neuzugang Vogt liegt mit einer Gehirnerschütterung flach. Mehr dazu gleich im Sport. Und auch das sind weitere Themen der Sendung. Ob die Aue geit oder steigt, hat das Eiswettkomitee in Hagen heute ganz genau unter die Lupe genommen. Ja, nicht nur in Bremen gibt es die Eiswette. Um ehrlich zu sein, hätten sich die Bremer bei dem Hagener Spektakel auch schon mal eher eine Scheibe abschneiden können. Denn hier sind Frauen von Beginn an erwünscht. Genau genommen seit 1972. Alljährlich wetten sie mit den Männern, ob die Aue nun fließt oder gefroren ist. Johanne Bischoff mit der Auflösung. Eine weitere beliebte Wette ist übrigens die auf Werders Klassenerhalt. Seit gestern sind die Chancen darauf wieder gestiegen, Stefan. Zumindest hat Werder mal die direkten Abstiegsränge verlassen. Geht es jetzt erst mal um eine Diagnose, die bei Menschen in Bremen immer mehr gestellt wird. Genau, es geht um Depression. Eine schwere Krankheit, die jeden treffen kann. Und eine, die seit gar nicht allzu langer Zeit erst öffentlich diskutiert wird. Viele Betroffene haben Angst, stigmatisiert zu werden. Fakt ist aber, die Zahl der Depressiv-Erkrankten nimmt seit Jahren weiter zu. Auch in Bremen. Warum das so ist, erklärt uns gleich der Psychiater Uwe Gonter. Vorher erzählt Maren Schubert die Geschichte eines Bremers, der seit 14 Jahren depressiv ist. Und ich begrüße jetzt Uwe Gonter im Studio. Sie sind Chefarzt und Psychiater am Ammeos-Klinikum in Bremen. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Der Dorfschmied war schon immer ein Allrounder unter den Schmieden. Und tatsächlich hat Freddy Radecke nicht schlecht gestaunt, als er mit seiner Ente vor der Werkstatt von Klaas Tomala liegen geblieben ist. Der Dorfschmied aus Mainburg bei Schwaneweder ist nämlich auch Kunstschmied. Meister, Metallbauer und Tischler. Was für ein Glück. Freddy Radecke hat sogar noch ein wichtiges Ersatzteil für sein Auto abstauben können. Und das ist schon ein kleiner Hinweis auf unsere Wochenserie. Vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal gefragt, so wie ich, mit welchen Straßenbahnen wir in zehn Jahren in Bremen unterwegs sein werden. Unsere heutige Zeitreise ist natürlich thematisch an die neue Serie wieder mal angelehnt. Und ein echtes Schätzchen, wie ich finde. Ein Film aus dem Buten- und Binnenarchiv von 1971. Da gab es die Straßenbahn natürlich auch schon. Allerdings sah alles ganz anders aus, wie das Porträt einer Straßenbahnfahrerin zeigt. Sie war ihrer Zeit eine der ersten Frauen in dem Beruf. Und natürlich können die Frauen das genauso gut. Was für eine Frage, oder? Aber du hast dich da irgendwie gefreut über den Film, weil hat Kindheitserinnerungen geweckt. Absolut, ja. Also ich habe früher ehrlich gesagt sogar die Straßenbahnhaltestellen der Linie 1 auswendig gelernt. Das ist so ein kleiner Kindheitstraum gewesen, mal Straßenbahnfahrer zu werden. Daraus ist leider nichts geworden. Ist nichts geworden, leider sage ich nicht, aber ist zumindest nichts draus geworden. Aber trotzdem, ich fahre immer noch gerne Straßenbahn. Das gebe ich schon gerne zu. Das werden wir in Bremen auch weiterhin noch können. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Ja, tschüss. Bis morgen, tschüss. Bis morgen, tschüss.